Hi Dio liebe Leute hier sind es wieder die Xbox Bros nach mehreren Verbindungsabbrüchen und sonstigen Kram im Spiel bin ich sehr motiviert ein neues Abschluss bestätigt zu suchen wieder angefangen in der laufende Lobby zu kommen wie immer warum finde ich immer angefangene Spiele ich verstehe das nicht setz mich doch in neues ich mache zu gerne ich glaube irgendwie ich blende das Licht von vorne da fährt schon feindlicher Cerberus schön das Spiel hat gerade angefangen 8 Mark gestätigt und da fährt schon feindlicher Cerberus alter was liegt er denn da Mann ey der kriegt doch direkt schon geht direkt gut los ach ja egal komm wo ist der Alter was ist hier los warum was ist das denn wo ist er hin feindliche Drohne nähert sich No comment die Gegner spielen auch wieder voll auf den Modus oder ich kann euch jetzt schon sagen wer hier gleich um die Ecke kommt der den ich gerade gekillt habe sage ich doch und der wusste dass hier einer ist wie immer und f***ing raps für euch leute doch kommt du fegal da hat er gesehen dass ich da gekillt habe ich komme da drehe ich gerade rum mit meiner scheiß schwebelagung blöder mann fucking nöb ja danke oh bitteschön jetzt könnt ihr ein bisschen sterben jungs endlich jetzt gibt es geist ok dann kann man nicht zweimal einsetzen wenn man freigespielt hat oder weil zwei auf der karte sind immer noch nicht luftraum überfüllt mehr hat interessiert den zerbenbrotus scheiße den falschen gekillt der hat es gesehen hä wieso ist denn der alter der ist unter meinen zerberus gelaufen der wollte aus der kiste raus und der zerstört ihn damit direkt ich glaube es nicht danke danke muss aber ein bisschen sterben och mann wo ist denn der typ da der holt die ganze zeit zwischen den bäumen und tut sich ein am wimmel rumschmiedeln äh wimmel rumspielen verbündeter zerbrus unterwegs alle wie kann man so schlecht sein darauf hardcore nicht zu töten unterbündete hellstorm unterwegs sag mal erst läuft dann läuft gar nicht mehr naja ja irgendwie ist es sehr leise hier wächter eingesetzt hm mann mann ey auf den falschen ich könnte kotzen aber ja ich würde sagen es ging ja ich habe ja raps gehabt zerberus ein zerberus der einfach gar nicht angekommen ist der kann zweimal angehildet werden auf hardcore ja guckt auf die landesflagge das ist der bescheid die 54i vernichten jeden gegner ach wer ist denn der erster mal wieder endlich guck mal wie viel zeit der produce manager mir anzeigt hast noch hab noch ich hab noch ich hab geist wächter klasse ändern den schiss hier raus den braucht keiner mehr schalte drauf fertig mach jetzt schon schalte ein paar drauf und die taktik pistol noch ändern und die taktik pistol noch ändern Warum krieg ich immer die Prestige hohen ins Gegner-Team und ich ja mein Team? Die Filmherzogin spielt gegen uns, das hört sich gar nicht an wie irgend so ein Gamertag, der am Anfang schon von Xbox Live gemacht wurde. Grüße gehen raus, guck es dir an, bis live dabei. Oh leider, in the wrong team. Alter, irgendwer muss diesen Roller nur ein bisschen runter machen. Bitte. Okay, dann halt keiner, es ist schon ganz okay. Ihr braucht euch nicht alle bewegen. Warte, du läufst durchs Bild, nein, lass es. Du läufst mir durchs Bild, lass es, nein, lass es, lass es, wirklich, lass es. Nein, 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 ihr könnt euch, nein, ihr müsst nicht alle, nein, ihr springt doch nicht alle, nur so ein bisschen. Ja, danke. Vielen Dank. Und ich krieg direkt einen in die Fresse, weil ich mich bedanke. Ach, Mann, ey. Pratzl, Pratzl. Leck mich an der Fels, Pratzl. Oh, danke. Ach, das interessiert mich nicht mehr. Der hat das Ultra-Headset, Alter, der hört sogar ein Kaninchen in der Hecke furzen. Achtung, feindliche Drohne näherzieht sich. Achso, das interessiert mich ja nicht mehr. Ach, nie wieder. Feindliche Vorräte über uns. Feindliche Drohne gesessen. I sink, I sink, I sink, I sink. Feindlicher Wächter im Einsatzgebiet. Das ist vollkommen okay, wenn die mir entgegenlaufen haben. Das ist nicht okay, wenn die mir von hinten... Ins Gesicht. In der Rücke. Ins Gesicht. Auch von hinten ins Gesicht. Von hinten ins Gesicht. Weil der schön mit dem Gewehr oben drüber halten. Genau. Ach man ey, wie der schön geguckt, wo der Idiot umfällt und dann rumdrehen. Ey, da krieg ich echt einen zu viel. Immer diese... Och, da liegt eine Marke, da kommt jetzt einer einsammelt. Du machst das doch auch. Locker bleiben. Ja, aber doch nicht so wie die. Ich renne ja wenigstens rum, weißt du. Ja, guck. Der ist doch behindert. Der ist in die ganz andere Richtung gelaufen. Wenn ich laufe, laufe ich. Und nicht... Da krieg ich einen so viel, ey. Ja, genau. Hätte ich jetzt mal geguckt. Nee, ich gucke ja immer einen falschen Augenblick. Ach ja, lecko Mio, ey. Feindliche Vorgäte über uns. Feindliche Vorgäte über uns. Ich renne ja echt heute einen zu viel, ey. Ah. Jo, und er passt auf sein Geschütz auf. Alter, ich kriege hier, Alter. Siebenvierzehn Erster. Jawohl, jetzt kriegen die auch noch einen Geist. Ja, wir haben ja sonst keine Wünsche. Mann, ey. Achtung, feindlicher Vorgäte. Achtung, feindlicher Vorgäte. Was ist das denn für ein Behinderteidiot, Alter? Ich schieße doch daneben. Wann macht der? Ach, hier, da wird doch nicht geschossen. Alter, da könnte ein Gegner hinter dem sein, ja? Egal. Egal, ich pratze einfach weg. Mal gucken, wie lange er das mal macht. Ich passe mal ein bisschen auf ihn auf. Das Geschütz hat mich daher... Ich dachte, der hätte das Geschütz gefetzt. Und wieso kann das Geschütz auf einmal durch Wände gucken? Das kann doch echt nicht wahr sein, ja? Oh, schön angefangen, die Runde. Vorräte unterwegs. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Das ist das, was ich nicht. Mami! Ich weiß echt nicht, was ich spielen soll, da hab ich kein Dings reingemacht, will ich auch nicht, will ich auch nicht, will ich auch nicht, leck mich doch, dann kann ich die Klasse wechseln, danke. Ich hab das schön in den Vorräten gehabt, den scheiß Geist ey. Ey, was ist denn heute mit meinen Reactions? Haben die heute Urlaub oder was? Feindliche Vorräte über uns. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Zwei Mann und ich schieße zwischen beiden daneben durch. Alter, schön die Filme herzugehen. Grüße gehen raus. Geschützgesinsel. Grüße gehen raus. 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 Alter, die Elektro, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt ist es vorbei, Alter. Was war das? Alter, ich kann nicht mehr. Hut da, Hut da. Ich bin weg, ich bin raus. Das gibt hier keinen mehr, Alter. Ich bin fertig mit der Welt. Ja, Alter. Der schönste Ton hätte ich jemals bleiben. Ein Videospiel gehört habe. Ja, komm, wir enden das Ganze. Nimm mich als Letzten, dann bin ich wenigstens noch mal im Bilde. Oh, 1,24, komm, scheiß drauf. Ja, ja. Leute. Nächstes Mal spielen wir wieder ordentlich. Tschüsschen. Macht die Dio und guckt euch den letzten Abschluss an. Haut rein, bleibt geil, abonnieren, zugucken. Der Bonde spielt extra schlecht für euch. Natürlich nicht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pew asshole. Vielen Dank.